Geht aus wie ein Slenderman-Mann, ist komplett schwarz, hat weiße Augen und ein weißes, fettes Grinsen im Gesicht. Ah! Ah! Hilfe! Der Ratschönchen! Das ist mein Dämpfer. Hallo und willkommen zu einem neuen Video mit mir, Slimmy. Nun gehen wir durch den Wald. Nochmal neu, Junge. Was war das? Was war das? Was zum Fick war das? Das war ein Party-Crash, wenn man seinen Kopf für Schuhe verwendet hat, Bruder. Mehr Motivation nicht so. Ja, hallo. Hallo und willkommen zu einem neuen Video mit mir, Samuel alias Slimmy. Nun gehen wir wieder durch den Gruselwald und ich hoffe, wir sehen wieder verrückte Figuren. Warum hast du jetzt eine Maske an? Ich bin jetzt hier ein bisschen dritterer. Also bist du so damit zufrieden? Ja. Okay. Easy, da muss weniger arbeiten. Max ist eigentlich immer eher weniger, der cuttet daher. Ja, ich muss immer gleich direkt... Ja, natürlich bin ich so doof dafür, Junge. Heute sind wir mit verschiedenen Leuten im Wald. Unter anderem Max. Was geht? Mirko, der Verrückte aus dem Wald. Und Lia. Wow. Was denn? Ein Geschenk-Gutschein? Aha, geil. Scheiße. Du bist dein Ernst? Hä? Was denn? Dein Pass, was denn da hat sich gezahlt? Komm wieder runter. Das ist drauf gewesen auf dem Handy. Digga, ihr könnt das wegschneiden. Jetzt muss ich so fett wegschneiden, Junge. Du, halt mal deine Fresse. Wer schneidet hier wohl? Wer schneidet hier wohl? Halt mal deinen Maul. Deswegen sage ich, ich stehe doch um du. Max, es ist Zeit. Minions. Tonight. We steal the Moon. Heiß voll. Ich will ja nicht sagen, was da hinten los ist. Das geht fast. Hey Leute. Ach so. Alle Daten sind da drüben. Ja? Der hat ein Hund. Hoffentlich. Dafür haben wir einen Dreck. Was denn? Meine Mutter hat mir schon damals dafür nicht gekriegt gegeben. Alles cool. Hinten ist doch dieser Weg da, wo man nach rechts fliegen kann. Ja. Und dann kann man nochmal nach rechts hin und nochmal nach rechts. Er würde nie im Leben im Viereck laufen, wenn er uns verfolgen würde. Weil wenn er uns verfolgt, würde er im Viereck laufen. Und wenn nicht, dann wissen wir es wenigstens direkt. Oder wir gehen einfach rechts, links, rechts. Ja, wow. Nachher muss er vielleicht einfach auch direkt. Der ist auf dem Feld. Der ist da hinten. Oh, du bist so ein Idiot. Und der hat uns gerade angeleuchtet. Perfekt. Wenn ihr es einfach so Panikschrei macht, ne? Dann wird der angestragen. Wenn ihr auf einmal so Panikschreie macht. Panikschreie? Panikschreie. Wie geht's denn? Let's do it again. Let's do it. Also, wie soll man schreien? Panikschreie. Als hättest du jetzt... Als hättest du jetzt... Ja. Hilfe! Hilfe! Geil! Du bist so Panikschreie. Geil. Du bist so Panikschreie. Du bist so Panikschreie. Nachher kommen wir gleich in eine Konfrontation mit anderen Leuten, die sich hier denken. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Papa? Der hat eurer Angst. Sag keinen Angst, gull. Du hat nur kein Bock auf andere Leute zu be MSP. Ich glaube, das ist immer interessant, weil man weiß, vorne ist dunkel, und hinter einem ist dunkel. Stimmt, Max hat mir seine Kämpfe ausgeliehen. Ich sag aber, so mein Friseur hat ein bisschen verkackt. Oh nein, ich werd euch das nicht zeigen. Auf gar keinen Fall, Junge, hofft mal nicht. Aber guck mal, das sieht doch geil aus. Du erkennst nicht alle gewissen Firmen direkt auf einen Hieb. Jo. Ich weiß, sie ist da ein bisschen depred drauf, man merkt das schon. Nein, Digga, die sieht Sachen, die wir nicht sehen. Das ist eine psychische Krankheit. Paranoia. Aber das kenne ich, das kenne ich. Paranoia. Aber lass uns nicht direkt zum Zigarettenmann, lass uns mal runtergehen und dann auf dem Rufet zum Zigarettenmann. Denkste? Dass er ein bisschen dunkler geworden ist, das ist besser. Weil guck mal, da ist noch so ein bisschen zu viel Licht, deswegen, das ist so ein bisschen... Was? Beschreib mal bitte, Lendermann. Das, was ich sehe, sieht aus wie ein Slendermanmann, ist komplett schwarz, hat weiße Augen und ein weißes fettes Grinsen im Gesicht. Digga, ich krieg Angst dadurch. SCP-106-Larry. Larry. 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 Wir laufen neben dir. Das Ding auch. Warte mal. Ich sag Slenderman. Wo? Mirko. Mirko. Wo ist denn der? Wo siehst du dich? Wo steht er? Dieses Ding läuft hier neben mir. Warte, warte, warte. Du kannst nicht weg, du lässt dich durch. Du kannst es nicht sehen, das ist eine psychische Krankheit, die ich habe. Und ich hab die schon seit Jahren. Schick ich jetzt gerade das Monster oder nicht? Kommt jetzt. Ich stehe jetzt in dem Monster auf dein Gesicht und aus dein Bauch raus. Lachwitz. Aua, ey, das ist gruselig. Das Ding ist zwei bis drei Meter groß, okay? Das Ding ist zwei bis drei Meter groß, okay? Das Ding ist zwei bis drei Meter groß, okay? Möcke also. Ja. Ach schon, ich hab eins der Knallhunden, die ich sehe gemalt. Geil. Du kannst ja gut machen, das weiß ich eigentlich. Das konntest du schon in der Grundschule. Samuel, du bist einfach nur leidig. Und dieses Ding? Alter, das ist so eine Kombination mit dem 69 Fuchs aus Naruto, Junge. Dieses Ding? Sehe ich? Krass hier, man. Und dieses Ding. Alter. Und das ist das Ding, was neben mir läuft. Das ist so eine Art Hund. Lea ist einfach Kunstkönnerin des Jahrhunderts. Ich weiß sogar, hey, das sieht richtig gut aus. Was sie es seht. Das Ding. Sie sieht das halt. Das ist das Gruselige. Das ist das Gruselige. Das ist das Gruselige. Also, ich weiß, dass es nicht gefährlich ist. Ach so, das ist doch gut. Ich weiß, was es von mir will. Was denn? Es will auf mich aufpassen. Oh, das ist doch gut. Wie heißt denn der? Sein Name ist Smile. Oh, moin. Max? Ich krieg jetzt kurz auf Pause, damit ich mir... Aufnahmezeit sparen kann, ja? Weil hier passiert eh nichts. Smile mag ihn. Wow. Er hat gerade seinen Kopf gecatchelt. Und was ist mit mir? Weiß ich nicht. Arschloch. Er läuft immer noch hinter mir. Hey, was geht man? Das Ding ist, ihr dürft Smile nicht verärgern. Weil sonst verliert er sein Grinsen und dann wird er gruselig. Oh, dann ärgere ich ihn jetzt. Was? Ey, was ist das? Enten oder so? Ne, er hat mir einfach was angenommen. Aber ey, Leute, er ist freundlich und gut ist. Er ist einfach der Bodyguard. Das Ding ist, Smile macht mir abends Angst. Warum? Okay. Wenn ich in meinem Bett liege, dann macht er mir Angst. Hallo. Weil er dann vor mir steht, wartet bis ich einschlafe. Ich kann nicht einschlafen und dann steht er neben mir. Und dann guckt er mit seinem fetten Gesicht. Dicker. Ulan. Vögel. Samuel. Samuel. Licht. Amaschansa. Essen. Alter, wenn die jetzt alle scheißen. Bruder, sag mal auf, deine Kepp, Bruder. Oh. Dann werd ich sauer. Ja. Weil wenn man das sieht, dann sind... Boah, ich wollte doch damals schon in der Klinik, ne? Sack wird ein Vogel auf die Schulter gekackt. Hu hu. Alter. Hab ich mich grad erschrocken. Samuel. Du bist so lost, ne? Ich soll um 18 Uhr gehen. Wieso haben wir gerade wohl? Alter, hab ich mich grad erschrocken. Du gehst jetzt von mir aus direkt nach Hause, oder was? Nein. Ich darf länger. Ich muss eh noch... Hab ich mich grad wegen dem Hund erschrocken. Ich seh heute nur was laufend Grünes. Und deine Kine. Abhin. Tschüsscher Hund. Ich hab mich so erschrocken wegen dem... Was ist das für ein Hund? Läuft ja bitte nach da. Läuft ja bitte nach da. Ja. Ne, jetzt ist keiner. Ich dachte... Du sagst du richtig lieb, Bruder. Ich dachte, er steht da. Du sagst du richtig lieb, Bruder. Ich dachte, er steht da. Ei, Max, ei. Sexy Typ, The Rock. So Leute, jetzt gehen wir in den Krusekreis. Sorry, aber The Rock ist nicht sexy für mich. Du meinst The Rock Johnchen? Johnchen? Nein, das finde ich über Pink. The Rock Johnchen. Du machst Gott, Bruder. The Rock Johnchen. Oh, shit, man. Oh, shit, man. We got a big problem, man. Ja? Was denn? Was ist das denn? Was hast du gefunden? Das ist, glaube ich, Hundefeld. Würde ich behaupten. Du gehst einfach mit deinem Füße an. Ja, mir, glaube ich. Ja, das ist Hundefeld. Was? Irgendwer hat sich... Irgendwer hat sich einfach den Sack grad... Ich dachte gerade, da oben beim Haus steht jemand. Und? Und? Das hat sich da oben bewegt. Ja, super. Ich glaube, da oben ist sogar irgendwer. Da gehen wir nicht hoch. Okay. Wer... Wer geht hoch? Wer geht hoch? Wer geht hoch? Du. Doch, Manni, Bruder. Du bist doch Slimy hier, der... Du bist doch der, der hier die gruseligen Sachen erforschen will. Ich weiß, aber da ist nix. Guck mal, ich kann da ja mal dahin sein, da ist nix. Man sieht das übrigens nicht, aber egal. Und vergisst euch auch alle zu abonnieren, ne? Das ist auch richtig, Max. Wenn ihr mich nicht abonnieren, kommt ihr bei mir nicht weit. Und ihr habt auch einen TikTok-Kanal. Da läuft jemand, 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 da läuft jemand. Wohl hat jemand. Da hinten, da hinten, da hinten, da hinten, da war gerade nichts. Alter, warum ist heute schon wieder so viel losgeladen? Ich dachte, da kommt jetzt jemand an die Ecke. Da hat jemand an... Da! Der war gut. Ich habe mich angewöhnt, dass immer, wenn irgendwas hinter mir auftaucht, dass immer Mirko ist. Ich habe mich das mittlerweile angewöhnt. Wir kommen mit denen, wann wir wollen. Alter! Ey, Digga, die reden ja immer noch über den Monatloch. Reicht doch mal langsam. Huch! Guckt euch nur den armen Samuel an. Also, mir stört sich aber trotzdem. Ich krieg heute Nacht keinen Schlaf und ich muss morgen arbeiten. Sehr witzig. Immer noch. Ich habe länger nicht mehr geschlafen als du. Gehst du morgen arbeiten? Ja, muss ich! Super. Man weiß ja, was ansteht. Also, findest du, Schule ist für dich Arbeit? Ich habe keine Schule. Der geht wirklich Arbeit. Elektronik, irgendwas. Ich habe Praktikum bei 1&F Elektro-Technik. Boah! Digga, ist keine Arbeit! Praktikum! Praktikum! Und direkt da noch eine Ausbildung, direkt in den Anhang. Krass! Wie mehr ich bei räume, das umso mehr ich weiter Platz habe. Und irgendwann kann ich dann richtig... Psch! Halt deine Fritz! Irgendwer hat da hinten wieder mal. Schönen Spaß! was digger warum wer heute denn hier rum da hat ein kleines kind geheult oh, so ja, sag mal neben dir stand gerade einer ja, toll und zwar der dämonenkönig stand der dämonenkönig der dämonenkönig der dämonenkönig zwei stand neben ihm what happened zwei stand neben dir gerade der mag dich gar der mag dich gar nicht da kommt direkt der nächste da kommt direkt der nächste guck mal, dein dämon zwei wird wütend was von? warum? Samuel, weil er mir nicht glaubt Samuel? wer wird jemand wütend wer? meine Mutter, wer denn sonst? meine Mutter? das ist kein Dämon das ist nur eine Gestalt die ich sehe eine Gestalt? er zählt nicht als Dämon das ist das Problem ach so, ja dann du siehst das? sie sieht das und ich würde das glauben wie gruselig je mehr sie davon erzählt desto realistischer wird oh scheiße, wie gruselig deswegen glaube ich auch ich meine, ich halluziniere zwar mancher, aber nicht immer das ist nicht halluzini ja, ich weiß aber du bist glaube ich nicht alleine ich fühle mich so alleine äh, in ihren Augen bist du nicht alleine dort äh, in ihren Augen bist du nicht alleine dort äh, ha 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 der hat kurz Samuel geklappt die ist besessen Smiler ist nicht mehr am lächeln, ne Smiler ist nicht mehr am lächeln er lächelt nicht, Samuel, du bist am Arsch du verärgerst ihn nur mal so du verärgerst ihn die ganze Welt du musst das ja glauben sonst verärgerst du den hehehehehe was machen Digga die ist wie besessen der ist das, der ist gerade in dir Digga wie gruselig, ey was ist das sei bis hinten höflicher wunderschön und der singt Digga die ist besessen Digga die ist besessen ey, du weißt schon gerade ey, jetzt mal unter Real Talk ey, halt das das ist Smiler grad da das ist Smiler grad da das ist Smiler grad da das ist ja auch ein Sumpt das ist ja auch ein Sumpt, ne ich bin doch so weit weg Digga Digga die ist so wie besessen wie die besessen ne, komm wir gehen jetzt sonida Digga, hast du gioht die gesummt hat Mann the das ist ja das hat mir den Rest gekriegt Rwaaah der hat paranoide angt der hat paranoide angst der hat paranoide angst Digga, das nicht mag er dochesten immer synchron ich mag er also geil, ich mag jemand Weil du auch daran glaubst. Das ist das. Tja Samuel, ne? Die Unglaubigen gehen weil sie lieber in die Kirche, ne? Das hat so lustig gemacht und das mochte er nicht. Er fing an auf zu uns zu lächeln und dann kam er mir zu nahe. Boah, das Lichtvolle. Ähm, kurz noch mal die Frage, wie hast du noch mal? Ich zeig ihm das. Smile. Smile, ich drück mir nach jetzt schön ein bisschen. Egal. Und jetzt kurz davor, die einen in die Fresse zu kommen. Ich werde ehrlich gewinnen. Wo ist der, wo ist der denn? Wo ist denn der überhaupt gerade? Wo wo da am Schatten? Ist er hetero? Oder was ist er? Ich glaube er ist gar kein Geschlecht, oder? Die Leute immer Kreatur zu Kreatur, wie tun die eigentlich? Ich kann nicht... Er hat gar nicht. Wie er gar nicht? Er hat gar keinen Bock drauf. Also, aber wie würde das funktionieren, also biologisch gesehen? Wie normale Menschen das tun. Ernsthaft? Das ist ein Gott. 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 Dass er sich vorstellen kann. Uuuuuhhh. Warte. Pack mal aus, Junge. Pack mal aus. Kann ich das wissen? Hannes wissen will? Jaaa. Er ist mit dem, wie macht er? Er mag dich was das angeht. Nein! Ich will ihn bereitigen! Samuel, lauf mal! Nein, das ist nicht, er hat sich wieder eingepackt. Samuel, alles gut! Der ist einfach weg. Dieser Typ ist 2-3 Meter groß. Mach ich das, mach ich das! Mein Ex-bester Freund ist tot seit längerem und er hat Smile auch gesehen. Oh, oh! Samuel, wenn wir den sehen, ich lass mal lieber weggehen. Das wird der 4. Drück! Das kann alles weg! Junge, ich mach nix mehr hier! Ich will raus! Ich geh jetzt in meine Renting, mach mein YouTube-Money und bin weg hier! Ich hab keinen Bock auf besessen! Nee, ist das gruselig! Junge, was ist das? Das ist kein Gruseliges da! Dann wäre das... Das ist tot... Wenn man das... Foltermagie, Junge! Foltermagie, Junge! Junge, die ist besessen! Die ist besessen! Diese andere besessen! Die ist anders besessen, Junge! Du hast keinen besessen mehr, Bruder! Das ist purer Wahnsinn! Der Typ steht da bestimmt, lächelt uns an wie ein grudeliges Ding! Einfach Smile! Das ist das Schlimmste, Bruder! Wie die gesummt hat! Alter! Das geht nicht! Das geht nicht! Leute, das geht nicht! Das ist zu viel! Digga, nee! Wir gehen hier raus! Wir haben schon Hardcore-Leben hier, ja? Wir gehen! Wir gehen hier raus! Wir haben hier schon Panik! Aber dis! Hey, yo! Ich bin raus! I'm Mr. Perfect! Deine Fosse! Du bist Mr. Unperfect! Alter! Alter! Warum trägst du deine Kopfhörer? Weil wir draußen sind! Äh... Stimmt! Digga, du bist so dumm! Der hat deine Kopfhörer immer noch an! Digga! Nein, ich hatte die hier unten! Ja, aber trotzdem hast du die an! Ja, du hast die an! Ja, du hast die an! Das gehört vom Kopfhörer dazu! Ja, aber warum?! Ah, man! Hast du dich schon wieder besessen? Hast du Angst habt Angst? Minimal! Minimal! Ja, wir sagen wir minimal! Ich dachte so... Ich glaub nicht aus Angst, denn ich sag ich hab Respekt vor diesen Viechern! Viechern! Guck mal ihr Gesicht an, Junge! Also Viechern würde ich jetzt... Guck mal ihr Gesicht an, Junge! Also Viecher würde ich jetzt... Guck mal, die guck mal, die guck mal, die psychisch krank, irgendwas! Alter! Mach doch einfach nur, was hast du die Flach! Oh mein Gott, Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was war er? Der hat ja geschopft, ne? Ich weiß, er hat nicht geschopft, aber du gehst mir so nah an meinen Fälle, Junge! Warte, du bist so nah an einem besessenen Fessel, willst du meinen Küst? Die Augen hier um da hinten her, Junge! Junge, da hinten, das sieht wirklich aus, die Augen da hinten! Geh doch noch, geh doch noch! Und jetzt? Was ist daran so schlimm? Schaut aus, Junge! Komm, komm doch mal näher! Was zum Fick! Er macht mich! Komm! Was war das? Was war das? Ist der immer noch in dir drin? Nein! Nein? Ach, da ist er verarscht wegen gerade! Oder ist er wieder drin? Oder wie? Nein, der war... Der war grad da! Der war grad da! Der war grad drin? In dir? Ja! Ich würde jetzt wohl kaum seinen Kopf streicheln, wenn ich keinen Grund dazu habe! Ja! Aber ich möchte ein Scheicheln! Hallo! Ich bin auch versessen! Außerdem mache ich es sowieso meistens nur, wenn er keine Kupuze anhört, weil seine Haare sind weich! Und schlauschig! Nö! Digasame ist einfach weg! Zasalele! Was? Zasalele! Zasalele! Aber du... Zasalele! Zasalele! ...Zasalele! Zasalele! 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 Dickasame, ich hab gar keinen Bock... Zasalele! Ich hab keinen compañer, dafür, ich bin durch. Er может nur ungern, aber er kann auch durch Körper gehen und seine Organe rausziehen, also... Ä hält er nicht... Nur wenn er einen hasst?! Ja! Wenn er einen hasst, tut er das. Und das kam auch schon einmal vor. Vor meinen Augen. Ja, sagbar... Das weiß ich dich nicht so ganz, ob... Der seuelle Ich weiß ja, ob das nur wissenschaftlich korrekt sein könnte, aber ich nehm's mal zumute. Das ist anders passiert, als ihr es euch vorstellen würdet, weil er hat jetzt nicht die Organe durch den Bauch rausgezogen oder sowas. Nein, hat er nicht. Er hat dafür gesorgt, dass die Organe unten rausfallen. Wie das denn? Er hat die Organe im Prinzip ausgeschieden werden, dafür hat er gesorgt. Ich glaube, der hat da einfach nur Organverwagen. Und Herzverwagen und alles Mögliche. Er hat blau, er hasste die Person und die war einfach nur sterben. Und ich sag so ungern, Smile möchte, dass ich jetzt nach Hause gehe und das ohne, dass ich irgendwie stehen bleibe. Okay. Was ist, wenn ich stehen bleibe? Du musst ja eh nach Hause mit deinem Vater. Wenn ich stehen bleibe, wird Smile wütend. Und das wollen sie alle nicht. Wir müssen nach Hause und dann weg hier. So Leute, das war's vom Video. Liked und abonniert und schaut doch mal gerne beim Kanal von Scooper vorbei. Das war's, bis zum nächsten Video. Ciao.